Ja, 70 Jahre ist einfach eine wunderbare Zahl, 70 Jahre ein wunderbarer Anlass, um ein wenig die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und auch einen Blick nach vorne zu tun. Und der Herr Präsident hat das auf eine wunderbare Art und Weise gemacht, hat hier den Beginn von ÖJAP skizziert im Jahr 1946, wo nicht nur Schuttberge weggeräumt worden sind, sondern wo auch Berge gebaut worden sind, überwunden worden sind, beziehungsweise Perspektiven aufgemacht worden sind. Und er hat meines Erachtens die Zielsetzung sehr, sehr schön beschrieben, nämlich Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen an die Hand zu gehen, sie an der Hand zu nehmen und sie zu begleiten. Und wenn ich so diese Vergangenheit Revue passieren lasse, dann spielt natürlich ÖJAP eine ganz wichtige und zentrale Rolle in meinem Leben. Und die Petra hat es angesprochen, im Jahr 1983 meine Matura, wo ich mich dann entschieden habe, nach Wien zu gehen, um Wirtschaftspädagogik zu studieren, gesagt, getan, bin ich ins Haus Niederösterreich in die untere Augartenstraße eingezogen, damals ein fast neues Heim, aber bis heute nichts an Attraktivität verloren. Mit meiner Zwillingsschwester nach Wien geeilt, eingezogen in die untere Augartenstraße, Zimmer 310. Selbstverständlich war es ein Doppelzimmer, weil ein Einzelzimmer musste man sich erst verdienen. Zuerst hat man eine Bewährungsprobe zu bestehen gehabt im Doppelzimmer und dann, wenn man anständig und brav war, gab es dann auch ein Einzelzimmer. Und es war einfach eine wunderschöne Zeit. Innerhalb von einigen wenigen Tagen habe ich viele Freunde gewonnen und gebe auch zu, in einigen Tagen war ich dort überall bekannt. Was machen diese Heime aus? Was hat das Haus Niederösterreich ausgemacht? Dieses Haus Niederösterreich war für mich nie nur ein Dach über dem Kopf, sondern war immer mein zweites Zuhause. Aus mehreren Gründen. Zum Ersten, weil es natürlich strategisch gut gelegen ist, Richtung Wirtschaftsuniversität mit dem Fünfer und mit dem D-Wagen leicht erreichbar. Natürlich auch leicht erreichbar die Innenstadt, das Bermuda-Dreieck, wo es nicht so einfach war, heimzukommen, weil ja die Verkehrsmittel schon geschlossen waren. Und der Fußweg war natürlich zehn Minuten und das war natürlich eine ganz praktische Sache. Es war einfach eine wunderbare Zeit, vor allem auch, weil dort dieses gemeinsame Miteinander nicht nur hochgehalten worden ist, sondern wahrlich gelebt worden ist. Vom Skripten austauschen über das gemeinsame Lernen bis hin natürlich zu den tollen Festen. Haus Niederösterreich war natürlich immer ein Magnet, nicht nur wenn es ums gemeinsame Lernen gegangen ist, sondern auch ums gemeinsame Feiern kann man an die legendären Grambambuli-Feste erinnern. Die mit sehr viel Glühwein, mit sehr viel Musik und dann, wenn es schon etwas später war, natürlich mit Gitarre und lautem Singen und lautem Grölen, wo vielleicht das eine oder andere Mal auch die Polizei vorbeigekommen ist. Damals hatte ich noch nicht so eine gute Beziehung. Dann haben wir halt immer ein bisschen leiser drehen müssen oder uns halt ein bisschen zusammenreißen müssen. Also es gäbe viele Geschichten hier an dieser Stelle zu erzählen, aber ich würde es einfach summieren auf ein zweites Zuhause, wo dieses gemeinsame Miteinander einfach immer spürbar war. Und was auch immer wichtig war, war vor allem auch immer das Angebot der Heiligen Messe und es wurde heute vom Präsidenten angesprochen, gerade dieses christliche Fundament, das einfach wichtig ist und das vor allem auch dem Begründer von ÖJAB wichtig war, wird auch heute noch weitergetragen. Und ich glaube, gerade diese christlichen Werte, wofür wir stehen, ist heute wichtiger, mehr denn je das auch zu kommunizieren und auch das weiterhin zu leben. Wenn ich aber sage, ein zweites Zuhause, dann ist das nicht nur bei den Studentenheimen so, sondern ist das auch bei den Lehrlingsheimen, bei den Flüchtlingsheimen, bei den Pflegeheimen. Wo immer man hinkommt, Hilfsbereitschaft, Unterstützung, Lebensfreude. Und ich durfte ja viele Häuser kennenlernen, nicht nur im Studentenbereich, sondern auch im Lehrlingsbereich, sage nur Brigittaplatz. Ein ganz tolles Heim, wo viele Lehrlinge untergebracht waren in den letzten Jahren und Jahrzehnten, weil es einfach leistbar war. Weil man vor allem auch gut aufgehoben war, um eine Lehre hier in Wien zu machen. Und dafür auch ein herzliches Dankeschön. Wo aber die ÖJAB meines Erachtens in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten Großartiges geleistet hat, war vor allem in der Flüchtlingsbetreuung. In der Flüchtlingsbetreuung, wo man versucht, Kompetenz zu vermitteln, Kompetenz aufzubauen, wo man hier versucht, junge Menschen zu begleiten, wo man hier versucht, ihnen Halt zu geben, vor allem Integration groß schreibt. Und ich glaube, ein wunderbares Beispiel, das vor allem ganz nahe meines Hauses ist, ist eben das Flüchtlingsheim Greifenstein. Ein wunderbares Heim, wo Asylwerber toll betreut werden, wo dort auch im Rahmen eines interkulturellen Projektes ein wunderbarer Schaugarten entstanden ist, der auch gerne gesehen und auch gerne besucht wird. Also viele, viele Häuser, wo gut gearbeitet wird, wo vor allem dieses gemeinsame Miteinander auch immer wieder gelebt wird. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute von 70 Jahren ÖJAB sprechen, dann kann ich sagen, dass ich in all meinen Lebenssituationen und vor allem politischen Funktionen immer mit ÖJAB aufs Engste verbunden war von meiner Studentenzeit. Wo ich viele Geschichten zu erzählen hätte. Aber auch in meinen politischen Funktionen als Soziallandesrätin, auch als Innenministerin und jetzt in meiner neuen Funktion. Und ich darf, glaube ich, auch im Namen von Präsident Heuras sprechen, unser Landesschulratspräsident. Der vor allem auch im Bereich Schule, im Bereich Aus- und Weiterbildung, vor allem auch im Bereich Integration mit ÖJAB die besten Kooperationen und beste Zusammenarbeit pflegt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir etwas wünschen darf, liebe Monika, liebe Petra, dann wünsche ich mir, dass ihr mit dieser Power, mit diesem Engagement weiterhin dranbleibt. Man merkt einfach, ihr macht es nicht nur mit einer Kompetenz, sondern vor allem mit einem Herzblut, mit einer riesigen Freude. Und Herzblut und Freude ist einfach die Basis für den Erfolg. Und gerade, wenn man Managerin eines derartigen Unternehmens ist, mit hunderten von Mitarbeitern muss man schon Motor sein, muss man Motivator sein, muss man die anderen letztendlich mit dem eigenen Feuer entfachen. Und ihr schafft das immer wieder. Heute sind in etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Das heißt, die Führungsriege der einzelnen Häuser morgen findet ein Fest für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien statt. Das heißt, 500 Mitarbeiter mit ihren Familien. Und auch das ist gelebte Philosophie, gelebte Kultur von ÖJAB. Das ist gelebte Familie ÖJAB. Und das finde ich einfach wunderschön. Denn das ist einfach wichtig und notwendig, um so ein Unternehmen führen zu können, leiten zu können, braucht es dieses Feuer. Und dieses Feuer braucht es nicht nur in der Zentrale, sondern dieses Feuer braucht es auch in den einzelnen Häusern draußen. Bei den Studentenheimen kann ich sagen, da gibt es dieses Feuer immer. Da ist wahrscheinlich das eine oder andere mal, ich sage ich lieber, es ist ein bisschen flauer. Da heißt es auch das eine oder andere mal Brandlöschen, wenn was vorkommt. Aber kurz gesagt, ich wünsche euch einfach für die nächsten 70 Jahre. Ich meine, so lange wird es ihr nicht mehr machen. Aber zumindest für euch für die nächsten 30 Jahre wünsche ich weiterhin viel Erfolg, viel Kraft und vor allem auch Gottes Segen. Und ich kann euch versprechen, ich bleibe die Alte, egal in welcher Funktion. Die Kooperation bleibt die gleiche. Auf Niederösterreich könnt ihr euch verlassen. Applaus Und ich vielen Dank. Vielen Dank.